Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation auf der Brandstedt-Karte. Wir spielen wieder auf der Stufe Schlimm 7, also auf der Brandausbreitungsstufe Schlimm 7 und haben die Atemschutzlogik aktiviert. Und wir sind in der Open Beta unterwegs, in der Version 1.0.3 Open Beta 4. Und ihr seht, oben rechts ist noch ein Einsatz offen, liegt daran, weil ich diese Folge im Anschluss von der letzten Folge aufnehme. Ja, das heißt, ich nehme den Einsatz stopp mal wieder raus, damit wir neue Einsätze reinbekommen. Und hier bei diesem Einsatz, den hatten wir in der letzten Folge ja soweit abgeschlossen, es ist nur noch quasi der Abschlepper gerade unterwegs zurück zum Schrottplatz. Und wenn der dort angekommen ist, gucken wir, ob wir den finden, ich glaube, wir finden den nicht, nö, dann haben wir den Einsatz erfolgreich auch abgeschlossen. Und damit wir nicht so lange warten müssen, würde ich sagen, komm, wir machen einfach gerade mal hier oben einen Klick auf das Symbol und schon haben wir einen B0 Kleinbrand reinbekommen. In der Nähe von der Berufsfeuerwehrwache 2, im Vergnügungsviertel, schicken wir doch direkt einfach mal einen Wagen los. Hinter der Table Dance Bar brennt einfach mal die Mülltonne. Ja, alles klar. Ist das schon immer hier? Ist das irgendwie? Irgendwie kommt mir heute ein bisschen was anders vor auf der Map, aber es ist immer noch die gleiche Version wie immer. Entweder habe ich das nie so genau wahrgenommen oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gut, die Polizei ist hier gerade in der Nähe. Die könnte eigentlich theoretisch mit dem Feuerlöscher da mal hinstürmen und versuchen, das ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen, bis die Feuerwehr da ist. Aber andererseits, die Feuerwehr ist schon ausgerückt, die ist schon gleich da. Also die müssen jetzt zwar noch einen Umweg fahren, ganz schönes Gezackel, bis sie da sind. Aber egal, der Streifenwagen ist auch fast bei der Feuerwehr. Also da ist die Feuerwehr, da ist die Polizei. Also wenn ich die jetzt dahin alarmiert hätte, Entschuldigung, ich stimme jetzt langsam nach, Aufnahme Marathon wegen Urlaubsvorbereitung. Es hätte keinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt die Polizei dahin schicke oder nicht. Aber im Vergnügungsviertel ist viel Polizei unterwegs, muss man sagen. Die haben wir alle in den letzten Folgen schon auf Streife geschickt und deswegen sind so viele Polizisten unterwegs. Hier haben wir gerade einen gebrochenen Arm reinbekommen, da schicken wir einfach mal einen Rettungswagen los. So, zack, ist auf dem Weg. Streifenwagen fahren hinterher bei der Feuerwehr. Ich hoffe, die Feuerwehr findet jetzt direkt einen Weg dahin. Aber laut Minimap hat die Feuerwehr einen Weg markiert, also solltet ihr den auch nochmal nehmen und den Weg finden bis dahin. Und ja, dann löschen wir die Mülltonne ab. Und dann sind wir damit auch schon durch. Da ist der Rettungsdienst noch auf dem Weg. Mal was nachgucken. Ja, wir haben alles mögliche an Rettungsdiensten zur Verfügung. Polizei wendet da der eine Streifenwagen, der andere fährt noch ein bisschen weiter. Der guckt noch durch die Fenster rein. Und wendet jetzt, okay. Und die Feuerwehr hat den kompliziertesten Weg genommen, so wie es aussieht, weil die Polizisten waren früher hier vor Ort. Aber egal. Ah, mittlerweile brennt auch schon eine andere Tonne. Ja, wie gesagt, wir spielen auf der Brandausbreitungsstufe schlimm 7. Das kann schon ein bisschen sich ausbreiten. Ich fahr grad mal den Lichtmast hier aus. Damit wir den Einsatzort noch ein bisschen heller haben. Da haben wir natürlich wieder die blaue Wand im Hintergrund. Ist hier am Ding. Die blaue Wand und ich. Wir werden keine Freunde mehr. Ich mag die nicht. Die versaut mir immer die Fotos. Die versaut mir immer die Fotos. Naja. Egal. Wir werden in der Folge bestimmt noch irgendwie die Möglichkeit haben, ein schönes Foto zu machen. Was haben wir denn hier? We love you long time. Zur wilden Gabi. Okay. Gehen wir mal zur wilden Gabi. Holt euch mal Wasser aus dem Hydrant. So, eins ist zwar fertig, aber das Fahrzeug ist halt ziemlich leer. Das heißt, ziemlich leer. Es fehlt ein bisschen Wasser. So leer wollen wir nicht durch die Gegend fahren. Der Tank muss bis oben hin gefüllt sein. Sonst kann sich das Fahrzeug in den Kurven komisch verhalten und umkippen. Im schlimmsten Fall. Soweit ich weiß. Wird schon passen. Also würde mir auch die Logik und die Physik so erklären. So. B3. Dachstuhlbrand. Hör. Ungünstige Position. Ungünstige Position. Na gut. Hilft ja nix. Müssen wir trotzdem dran. B3. Kommando Wagen. ELW. HLF. Ja, wir müssten eigentlich hier hinten hinfahren. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, sieht ganz gut aus. Äh, mittleres Löcherfahrzeug vielleicht hier. DLK, keine Ahnung. Vielleicht hier. HLF vielleicht hier, um die DLK zu versorgen. Ich weiß es nicht. Äh, ja, vielleicht hier auch nochmal ein HLF. Vielleicht hier. Weitere DLK vielleicht da. Ich weiß nicht. Es ist eine sehr ungünstige Position. Und wie gesagt, wir spielen auf Schlimm 7. Das Feuer kann sich schnell ausbreiten. Gerade hier so Waldbrand mäßig. Wäre nicht so schön. Achso, wir müssen ja auch mit einer DLK, glaube ich, die Person retten, die da auf dem Dach ist. Ich weiß aber noch nicht genau wie. Nehmen auf jeden Fall dann die DLK, die ein bisschen Feuer aushält. Weil die andere DLK, die, was zu dem Einsatz hin kommt, die aus der Werkfeuerwehr, die in der Open Beta drin ist, die neue DLK, die ist noch nicht feuerbeständig. Die fängt ratzfatz Feuer und dann hast du dein Fahrzeug hier kaputt. Dauert aber noch ein bisschen länger als eine freiwillige Feuerwehr. Die von der Werkfeuerwehr, die ist schon ausgerückt. Achso, wir haben hier ganz, ganz viele Strohballen. Und ein Kind oder so? Und ein Hund. Okay, da wollen wir doch mal gucken, dass das Kind nicht abfackelt und der Hund. Ich gebe Mühe. So, aber die Feuerwehr ist ja schnell da. Die ist ja direkt hier nebenan eigentlich. So, und die andere, die DLK, die Feuer aushält, die müssen wir halt hier mal hinschicken zur Personenrettung. Ich weiß nicht, wo die da jetzt hinfahren möchte. Boah, das brennt aber schon ordentlich. Das brennt ordentlich. Ich glaube, hier müssen wir gleich noch mal ein bisschen nachalarmieren. Vielleicht den einen Verteiler dorthin klicken. Haben wir hier irgendwo einen Hydranten, wo wir dran können? Wir können theoretisch sogar hier dran. Nice. Okay. Der Erste hat angefangen zu löschen. Wasserversorgung steht auch. Rettungsdienst ist da, Polizei ist da. Die andere DLK steht auch da. Ja, um die habe ich immer so ein bisschen Angst. Die ist noch ein bisschen arg anfällig. So, nächster Verteiler steht. Was macht denn die DLK? Wo ist denn die hingefahren eigentlich? Die andere. Hat die jemand gesehen? Ah, da ist sie. Oh Gott, ihr müsst euch da erst einmal umziehen. Ich habe vergessen, euch umzuziehen. Zieht euch um. Alle umziehen. Aber sofort. Ihr steht mitten in den Flammen drin. Das ist nicht angenehm. Das ist heiß. So, geht mal an das Fahrzeug ran. Mit der Wasserversorgung. Jetzt könnt ihr die Person retten von mir aus. Ich hoffe, die DLK hält ein bisschen Flammen aus. Also, die steht wirklich jetzt mitten in der Kacke. Das ist keine schöne Position. Aber gut, wir müssen die Person auch irgendwie retten. Okay, die haben sie schon gerettet. Wunderbar. Das ging schnell. Was setzt jetzt gerade mal ein Verteiler da hinten hin? Ich weiß nicht. Kann die DLK hier dran? Die kann da dran. Gut, wir brauchen aber jetzt einen Feuermann, der die verletzte Person da mal wegbringt. Haben wir noch... Da steht einer. Wir haben noch eine Person hier, die die wegbringen kann. Ansonsten. Ja, DLK wäre ganz cool, wenn ihr löscht. Beziehungsweise, ja, holt euch irgendwo Wasser. Du kannst auch löschen. Genau. Bevor die hier noch kaputt geht, lieber löschen. Ich glaube, wir haben die Situation unter Kontrolle. Wir brauchen doch nichts nachalarmieren. Alles in Ordnung. Falsche Taste. Falsche Taste. Einsteigen. Losfahren. Los geht's. Ja, die DLK hat doch kein Wasser angeschlossen. Da rennt aber schon jemand. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Ich hab gedacht, das artet jetzt noch ein bisschen mehr aus. Das ist halt echt eine ungemütliche Position. Oh, jetzt hab ich den Feuermann. Nein, lass die Person da am besten liegen. Ich hab nämlich gesagt, dass die Feuerwehr wegfahren soll komplett. Bevor die jetzt die Person da mitreißen und mit ins Fahrzeug stopfen und mit auf die Wache nehmen, hab ich lieber mal schnell abgebrochen. Schicken wir einfach einen Rettungsdienst da hinten hin. Wir haben nur eine verletzte Person. Das heißt, der Rettungswagen kann weg. Die Autobahnpolizei kann wieder zurückfahren. Die anderen Feuerwehrwagen packen alle zusammen. Und der Streifenwagen kann sich wieder auf die Straße begeben. Genau. Rettungsdienst kennt sich gerade einen Weg hin in den Wald. Bleibt einfach so stehen. Ist egal. Hauptsache, er kommt irgendwo an den Patienten dran oder irgendwie. Die ist ja gerade durch die Zune Wache gefahren. Um jetzt wieder einzuparken rückwärts. Okay. Ah, wir brauchen doch noch die Polizei. Wir müssen die Tür noch zumachen. Wir haben zwar niemanden aus dem Gebäude rausgeredet, aber wir müssen die Tür zumachen. Ja, nice. Von der Position her. Was haben wir denn da jetzt für eine Verletzung? Bestimmt irgendwas, schlimme Verbrennung oder so. Verbrennung tritt ein Grades. Tritt ein Grades heißt, aber wir brauchen keinen Hubschrauber. Können wir alles hier selber erledigen. Polizei ist auch schon wieder da. Einmal die Tür verschließen bitte. Dann könnt ihr wieder wegfahren. Feuerwehr hat zusammengepackt. Oh, die haben wenig Wasser dabei. Die hatte ich noch nicht angeschlossen anscheinend. Wo muss denn der Polizist hinrennen, um die Tür zu verschließen? Ach, hier unten hin? Doch nicht. Ja, an die andere Seite, an die Tür. Ich weiß nicht, warum die Gebäude hier immer 3000 Eingänge haben. Das ist so typisch Emergency. Typisch Emergency. Ich meine zwei, es kann ja sein. Aber die haben ja stellenweise an jeder Wandseite eine Tür. Du weißt nie genau, welche Tür jetzt aktuell für deinen Einsatz zählt. Ist ja ein bisschen verwirrend. So, da kann sich gerade mal die Trage nehmen, der Sanitäter. Die sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Wunderbar. Da warten wir jetzt gerade eigentlich nur noch drauf, dass der Rettungsdienst fertig wird. Ansonsten würde ich sagen, neuer Einsatz, neues Glück. Ruhestörung. Oh, Ruhestörungseinsätze sind immer mega. Was heißt, die sind mega? Das kann halt so einen Folgeeinsatz geben. Ja, du fährst da einmal hin, sagst, ja, Musik ist so laut, mach die sofort aus. Ja. Die Einwohner hier wollen Ruhe haben. Ja, dann fährst du da weg und irgendwann kommt wieder Ruhestörung. Dann fährst du nochmal hin. Zweiter Mahnung. Wehe, die Musik ist ja schon mal zu hören. Gut, fährst wieder weg und irgendwann kommt dann halt die Meldung, dass du irgendwie festnehmen sollst oder die Wohnung räumen sollst oder was weiß ich. Das ist halt cool. Hat man leider ziemlich selten den Einsatz. Aber so ist es ja auch, glaube ich, eine Realität öfters mal. Damals im Fernsehen war das oft so bei Dokumentationen über die Polizei, dass irgendwie so Ruhestörungen reinkamen und dann wurde immer gesagt, ja, wir machen die Musik leiser. Halbe Stunde später kam der nächste Anruf, Musik ist wieder so laut wie vorher, Polizei fährt hin, Musik war wieder so laut wie vorher. Und das dann so wirklich richtig eskalieren kann durch so eine Sturheit dann irgendwie. Ist schon interessant. Menschen sind sowieso interessant. Unberechenbar merkwürdig und denken immer, jeder für sich ist, der Schlaueste irgendwie und schlauer als alle anderen. Was ja leider nicht stimmt. Meistens. Und kein Mensch möchte halt verarscht werden, aber man meint dann irgendwie die Polizei verarschen zu müssen und dass die dann vielleicht auch mal irgendwie angepisster sind oder so. Brauchen wir sich dann auch nicht wundern. Das ist ja sowieso immer so eine psychologische Sache, die ich immer komplett interessant finde, weil eigentlich will ja auch kein Mensch belogen werden, kein Mensch möchte verarscht werden, keiner möchte irgendwie, dass mit seinen Gefühlen gespielt wird, keiner möchte irgendwie schlecht behandelt werden. Das Interessante ist dann aber immer, dass es trotzdem dann so häufig ist, dass Menschen andere Menschen schlecht behandeln. Wenn sie dann selber mal schlecht behandelt werden, dann wird rumgemeckert, wie kann man im Moment schlecht behandeln und was weiß ich und rumgejammert auf WhatsApp-Status und was weiß ich, keine Ahnung, aber selber andere die ganze Zeit schlecht behandeln oder keine Ahnung. Ich finde das immer sehr merkwürdig. Mir hat man halt immer beigebracht, man soll andere so behandeln, wie man selber behandelt werden möchte. Hat bei mir als Kind, haben mir das meine Eltern reingeprügelt. Und irgendwie hat sich das auch so verinnerlicht. Ade. Hypertensive Krise. Hypertensive Krise. Ah, wir sind hier Wache 4 oder wie? Ja. Der Lieblingsrettungswagen rückt wieder aus. Sehr schön. Ja, Notarzt ist leider gerade bei der Rettungswache 4 nicht zur Verfügung. Der hat gerade Feierabend anscheinend. Könnt ihr gerade mal gucken. Wache 4. Ja, stehen nur zwei Rettungswagen zur Verfügung, die anderen nicht einsatzbereit. Ich finde es ja irgendwie auch immer so krass. Ich war die letzten Tage auf vielem Krankenhaus. Und ich finde es einfach krass, was da ein Betrieb ist an Rettungswagen. Ich finde es einfach Wahnsinn, dass das überhaupt noch irgendwie funktioniert. Dass das nicht komplett im Chaos ausartet irgendwie und so viel oder viel, viel mehr Fehler passieren. Ich finde das so krass. Also, da stehen standardmäßig meistens vier Rettungswagen gleichzeitig da, die gerade Patienten anliefern. Und sobald der eine weg ist, kommt der nächste schon mit Blaulicht wieder angefahren. Das ist Wahnsinn. Ja, also, so Standard, wirklich im Schnitt, wenn ich da war, waren vier Rettungswagen circa da. Die haben eine Halle, da können die Rettungswagen quasi reinfahren, können die Patienten abladen, in die Notaufnahme bringen. Und, ähm, da war auch ein, zweimal der Fall, dass diese Halle quasi voll war. Das sind, glaube ich, vier Stellplätze. Vier sind es, glaube ich. Jetzt nicht verzähle. Ähm, bloß dann standen noch zwei weitere Rettungswagen vor dieser Halle, die auch noch Patienten angeliefert haben. Weil wahrscheinlich rundherum wieder alles so dermaßen voll war, dass die wieder mehr angenommen haben, als sie eigentlich machen können oder machen sollen. Ich weiß es nicht. Und es war ja auch, ähm, wieder so ein Kampf, dass die Person, die eingeliefert wurde bei mir in der Familie quasi, ähm, oder von der Familie, dass sie überhaupt in die Nähe ins Krankenhaus kommt. Die haben aber so lange rumprobiert und haben auch sogar, ich würde fast sagen, die haben bewusst ein bisschen abgewartet im Rettungswagen. Ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber die waren eigentlich mit allem schon fertig. Die haben sich dann noch mit mir unterhalten, während der, ähm, Rettungsassistent vom Notarzt die ganze Zeit da irgendwie rumtelefoniert hat und rumgeguckt hat und keine Ahnung. Ähm, ja, bestimmt zehn Minuten, vier Stunden auf dem Parkplatz gestanden und haben, ähm, ja, nichts mehr Besonderes gemacht, sagen wir es mal so. Und haben halt die ganze Zeit gesagt, ja, sie versuchen die ganze Zeit nach Gelnhausen zu kommen quasi. Aber ich weiß nicht, ob sie das die ganze Zeit versucht haben, dass sie das noch machen können und nicht irgendwo weiter weg hinfahren müssen. Ich weiß es nicht. TH 2 Unfall auf Baustelle. Lage unklar. Lage unklar ist immer interessant. Lage unklar schicken wir auf jeden Fall mal. Unfall auf Baustelle könnte ich mir eine schwere Verletzung vorstellen. Schicken wir auf jeden Fall mal die Feuerwehr raus. Plus Rettungswagen, plus Notarzt. Ah, das ist immer so ein Kampf. Man bedenkt stellenweise... Also es war auch schon mehrmals der Fall gewesen, dass mein ehemaliger Chef, also der ehemalige Senior-Chef, häusliche Gewalt im Bauernhof, wo er gebrannt hatte. Alles klar. Da war ich gerade ein bisschen verwirrt. Ähm, war auch schon öfters mal der Fall, dass der dann nach Fulda gebracht wurde. Aber wenn man bedenkt, Fulda fährst du von uns aus so ungefähr 40 Minuten, 45? Und circa, grob geschätzt. Und da, wo ich gearbeitet habe, sind es auch noch über eine halbe Stunde. Aber in der Umgebung war einfach nichts frei in den Krankenhäusern. Und der hatte einen Schlaganfall. Ja, wo du ja denkst, ja... Wäre schon schön, wenn es schnell geht, bis er im Krankenhaus ist. Aber haben keine andere Wahl gehabt. Ja, die haben dann, als sie das erfahren haben, dass nichts mehr weiteres frei ist, so schnell wie möglich transportfähig gemacht sind, sind losgefahren. Weil wenn du noch eine halbe Stunde, 40 Minuten fahren musst, im Schlaganfallpatienten, weil einfach keine Aufnahme mehr frei ist in der Nähe. Weil wir hätten ja theoretisch, was näher dran wäre. Gelnhausen, Hanau. Hanau hat sogar zwei Krankenhäuser. Ja, aber auch keine Aufnahme. Ähm, dann wäre quasi Alzenau. Aschaffenburg. Wobei Aschaffenburg auch schon wieder fast so weit weg ist wie vorher. Wobei Aschaffenburg schaffst du es unter einer halben Stunde hin, wenn du vielleicht blau dich an hast sowieso. Ähm. Aber so viele Kliniken und Krankenhäuser quasi, aber keine Notaufnahme mehr Patienten aufgenommen. Dann stehst du natürlich da. Ist ja dann so doof, wenn man halt von der Politik irgendwie da nicht wirklich merkt, dass da irgendwas getan wird, damit das besser wird, die Situation. Sondern eigentlich war ja auch wegen Corona nur die ganzen Maßnahmen, weil die Notaufnahmen nicht nachkamen oder so. Wenn man mal so im Grunde genommen darüber nachdenkt. Weil Krankenhäuser einfach nicht mehr schaffen konnten. Und, ähm, das ist jetzt einfach mal einer der Gründe, sagen wir es mal so. Man wollte ja die Überlastung der Krankenhäuser vermeiden. Deswegen die ganzen Maßnahmen, Ausgangssperren und was weiß ich. Ähm. Joa. Aber es tut sich halt nichts. Wenn man halt dann so bedenkt, dass... ... ...halt trotzdem irgendwie noch Krankenhäuser geschlossen werden oder Notaufnahmen geschlossen werden, Betten entfernt werden aus Krankenhäusern. Weil, meiner Meinung nach, ist ja das Grundproblem auch bei der Thematik, dass, ähm, Krankenhäuser nicht staatlich sind. Ich finde, ein Krankenhaus sollte niemals das Ziel haben, Gewinn zu erwirtschaften. Und leider, da die ja privat sind alle, müssen die natürlich Gewinn erwirtschaften. Da ist dann Menschenleben nicht über den Gewinn gestellt. Da ist es wichtiger, dass man Gewinn macht, als irgendwelchen anderen Menschen, als irgendwelchen Menschen zu helfen. Deswegen finde ich eigentlich, Krankenhäuser sollten eigentlich staatlich sein, damit es nicht aufs Geld ankommt. Sondern, dass es darum geht, die Menschen wirklich bestmöglich zu behandeln. Es ist sowieso ja so, dass man im Krankenhaus... Ähm... Du bist im Krankenhaus, weil es dir schon schlecht geht. Wenn du aber längere Zeit im Krankenhaus bist, geht es dir noch schlechter. Weil einfach die komplette Situation schlecht ist. Du kriegst schlechtes Essen. Wenn du überhaupt Essen kriegst. Ja, wir hatten zum Beispiel gestern den Fall gehabt, sie hat nichts zum Mittagessen bekommen. Sie haben sie nicht mal gefragt gehabt, obwohl sie jetzt mehrere Tage im Krankenhaus war, was sie zum Mittagessen haben will. Ja, also, gar nichts. Ähm... Ist irgendwie anscheinend untergegangen. Aber egal. Wir hatten sie mit Essen versorgt. Ähm... Dann hast du ja manchmal, bist du in einem Drei-Bett-Zimmer, Vier-Bett-Zimmer, sind aber sechs oder fünf Betten reingestellt. Weil einfach keine Zimmer mehr zur Verfügung stehen. Auch schon alles erlebt. Wo du dann auch denkst, ja, da bist du jetzt hier wie so im Zoo irgendwo in einem Käfig reingequetscht. Und als Mensch, dem es nicht gut geht, dass du in einer noch unschöneren Situation quasi bist. Ist schon alles... Alles schwierig. Ja, als auf der Station, wo wir jetzt die letzten Tage waren quasi, ist es auch einfach noch mega warm gewesen. Haben sie nicht mal irgendwie Geld für eine Klimaanlage oder so, dass man dem Patienten mal wenigstens ein angenehmes Klima geben könnte. Nein, man hat dann da 30 Grad im Zimmer oder mehr. Und wo du dann die ganze Zeit auf dem Bett liest. Und da soll man dann gesund werden. Da soll man dann gesund werden. Ich mache Krankenhauspersonal und so weiter. Keinerlei Vorwurf. Die leisten wirklich Unglaubliches. Ja, also da kann ich nicht falsch verstehen. Krankenhauspersonal, keinerlei Schuld. Ja, das ist einfach dieses komplette System. Komplette Gesundheitssystem, was ich irgendwie komplett ranzig finde. Genauso wie du als Privatpatient ein besseres Zimmer kriegst oder ein Einzelzimmer oder ein Zwei-Bett-Zimmer. Und ein Kassenpatient wird halt in so ein Fünf- oder Sechs-Bett-Zimmer reingestopft, wo eigentlich schon drei Betten reinpassen. Ja, wo du dann so halb auf dem Flur noch hängst. Ja, also es ist... Alles nicht so schön. Alles nicht so schön. Naja. Polizisten sind drin. Und ja, wir sind natürlich wieder in einer Aufnahme drin. Und mein Handy klingelt wieder. Und das ist schon wieder ein wichtiger Anruf. Ich mache mal kurz Pause. Geht gleich wieder weiter. So, wieder da. Alles klar. Ja. Häussische Gewalt haben wir beendet. Wer wurde festgenommen? Niemand? War das nicht häussische Gewalt? Haben wir niemanden festgenommen? TH2 Verkehrsunfall mit Bus. Wirklich? Ich habe jetzt mal Einzelstopp reingemacht. Oh Gott, der Bus liegt sogar auf der Seite und es brennt. Gut. Dann fangen wir mal an. Wir brauchen auf jeden Fall mal ein HLF. Ich würde sogar noch ein weiteres hinzunehmen, weil wir haben einen Bus, der hier beteiligt ist. Wir brauchen auf jeden Fall die Polizei, die hier mal so ein bisschen Verkehr regelt, absperrt, alles safe macht. Weil hier haben wir doch ganz schön viel Verkehr. Gerade sehe ich. Wir brauchen auf jeden Fall, ich würde sicherheitshalber, einfach mal Manf 10 alarmieren. Weil ein Bus hast du schnell mal 10 Leute zusammen, glaube ich. Ja, Abrollbehälter. Manf, würde ich jetzt einfach mal so hinstellen. Leitender Notarzt kann sich mal hier so auf die Wiesalp draufstellen. So, so, NEF, so. RTW. Ja, wir parken gerade erstmal den Rand so ein bisschen zu. So a la Notruf. Immer schön auf dem Bürgersteig parken. Genau, Abrollbehälter hier hin, Zelt vielleicht hier hin. Ja, komm, wir können noch ein paar Rettungswagen hier drüben parken. Oh, ist nur noch der eine. Gut. Alles klar. Polizei wäre auf jeden Fall schon mal vor Ort. Hier, die können nicht dicht machen, wegen, stehen schon Autos. Ich kann einfach mal so ein bisschen schummeln, ehrlich gesagt. Was heißt schummeln? Schummeln ist es ja nicht, aber sonst haben wir hier so einen komischen Stau. Ich würde jetzt einfach mal das Fahrzeug hier entfernen und das genauso wie das. Dann haben wir hier nämlich ein bisschen mehr Platz. Jawohl. Weil ich kann die ja nicht einfach so entfernen mit der Polizei. Ich kann zwar sagen, ja, umleiten ab hier, aber geht halt trotzdem dann schlecht. Dass der Verkehr ordentlich dann nicht mehr in die Einsatzstelle reinfährt. So, hier stelle ich gerade mal einen Polizisten hin. Da drüben würde ich auch mal einen hinstellen. Erstmal grob. Wir müssen erstmal hier jetzt alles unter Kontrolle kriegen. Bevor wir uns ums gescheite Absperren und so weiter kümmern. So, Verteiler dorthin. Wir nehmen hier den Hydranten plus noch eine Person an den Verteiler dran. Wir müssen so schnell wie möglich ablöschen. Hier hatten wir, glaube ich, umleiten schon aktiv, genau. Können uns ja schon mal so ein bisschen um Absperrung kümmern. So. Weiter, Rettungswagen kommt über die Wiese geschossen. So, endlich mal keine blaue Wand im Hintergrund. Ich freue mich. Endlich mal keine blaue Wand im Hintergrund. Stattdessen Sonnenaufgang. Eine ganz romantische Atmosphäre mit einem umgestürzten Bus. Ja, von der Uhrzeit her, Sonnenaufgang. Weiß ich nicht. Könnte man fast meinen, es wäre ein Schulbus. Aber es ist ja eigentlich mehr so Reisebus. Wir beeilen uns mal auf jeden Fall. So, Feuer ist auf jeden Fall gelöscht. Das heißt, wir können anfangen mit Sichtung. Einer sichtet mal da, einer sichtet mal da. Ja, wir bauen auf jeden Fall schon mal das Zelt auf. Damit wir vorbereitet sind, müssen wir uns gerade einmal rundherum drehen, weil der Eingang ist an dieser Stelle. Wir bringen das Zelt mal näher an den Einsatzort. Ich müsste vielleicht das Fahrzeug hier das eine nochmal umparken. Ups. In manchen Fahrzeugen ist Taste T irgendwie um... Oh, 10 plus. Uh, 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 uh. 10 plus. Gut, da brauche ich ganz viele Kräfte, die tragen können. Da brauchen wir vielleicht sogar das zweite Zelt. Ich positioniere es sicherheitshalber mal. Was wir hier das so ansetzen, haben wir hier so einen schönen Zeltbereich. Gut. Notarzt. Einer da rein. Weitere Notarzt. Dort rein. Dann haben wir hier die Leute drin für die Zelte. Einmal drei hier. Einmal drei dort. 10 plus ist natürlich heftig. Gut, ihr tut mal die Schläuche wegbringen, weil ich brauche jetzt wirklich jeden Einzelnen, der hier mal mit anpackt. Ja, dann würde ich sagen, tun wir auch gleich mal ganz, ganz viel alarmieren. Da brauchen wir nämlich noch ein bisschen mehr. Was haben wir da? Innere Blutung. Das heißt, Notarzt begleitet. Feuerwehr schicken wir weg. War jetzt nicht so wild wie gedacht. Und ja, hier. Was alarmieren wir alles? Ein KTB steht zur Verfügung. Oh Gott, wir haben viel zu wenig Fahrzeuge zur Verfügung. Ja, theoretisch müsste man auch, ähm, Hubschrauber und so. Ja, wir gucken mal, wie wir hinkommen. Oh, da ist eine Lampe. Entschuldigung, habe ich jetzt erst ein bisschen spät gesehen. Gut, der eine Polizist, der kann von mir aus die eine Pylone da noch hinstellen. Dann kann die sich neu ausrüsten und dann geht's weiter. So, immer schön weiter rausschneiden. Wir haben noch 10 plus Personen da im Bus drin. Wir haben halt wirklich nicht mehr Rettungsdienst zur Verfügung. Also nicht mehr. Doch, wir hätten noch was. Intensiv-Rettungswagen plus der Infektions-Rettungswagen. Und vielleicht Christoph 10 noch Mitte zu holen und Christoph 3. Aber da müssen wir mit der Polizei einen Landeplatz irgendwo herkriegen. Und wir haben keinen guten, glaube ich, in der Nähe. Nee, wir lassen erst mal... Den Christoph lassen wir erst mal weg. So, der Infektions-Rettungswagen darf auch mal herkommen. Plus der Intensiv-Rettungswagen. Genau. So. Dann fangt man an bei dem Bus. Schade, dass immer nur eine Person dran schnippeln kann. Weil so ein Bus ist groß. Könntest du ja an mehreren Stellen gleichzeitig schnippeln. Aber das wilde Spiel nicht. Das heißt, einer kann gerade mal das Zeug weglegen. Dann einer mal hier. Einer mal dort. Ich lege mir, glaube ich, die Gruppenführer gerade mal auf die Schnelltasten 1. Und auf die Schnelltaste 2. Dann haben wir hier. Kann man schön durchklicken. Die schicken dann immer die Feuerwehrleute hin und zurück dann. So, wir können ja gerade schon mal anfangen, die erste Person wegzubringen. So. Rein ins Zelt. Rein ins Zelt. So, Gruppenführer 1. Kommt da jemand angerannt? Da kommt jemand angerannt. Gut. Auf zur nächsten Person. Weiter geht's. Sind immer noch 10+. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. So, eine Person rein. Eine Person raus. So. So, da kommt wieder jemand angerannt. Da kommt auch schon der Infektionsrettungswagen. Da haben wir jetzt wirklich alles da, was gerade zur Verfügung steht. Vielleicht kommt ja gleich noch irgendein Wagen dazu. Den NRW hätten wir zum Beispiel noch. Den NRW. Da haben wir jetzt wirklich alles. Es kommen ja zum Glück keine weiteren Einsätze mehr rein. Hier, Kreislaufkollaps. Vielleicht kriegen wir da gleich noch einen Rettungswagen frei. Ansonsten ist jetzt alles Mögliche eigentlich unterwegs, was gerade zur Verfügung steht. Wir hätten hier zwar noch Wagen stehen, aber die sind gerade alle nicht verfügbar. Die sind alle nicht verfügbar. Nicht einsatzbereit. Nicht einsatzbereit. Nicht einsatzbereit. Nice. Gut. Ab in den Rettungswagen. Schnellwahl 1. So, kommt wieder der Feuerwehrmann angerannt. Wir haben vier Personen da drin. Hier brauchen wir direkt einen Notarzt. Ich würde, komm, wir rufen auch jetzt noch. Wir haben keine weiteren Einsätze mehr, die reinkommen. Rufen wir auch noch die paar Rettungswahl, äh, die paar NEFs mit dazu. Dann haben wir alles Mögliche vom Rettungsdienst, was gerade zur Verfügung steht hier. So. Wieder eine Person reinbringen. Noch sieben Stück. Noch sieben. Ich weiß, wir könnten notfalls auch die Notarztbegleitung abbrechen, beziehungsweise entfernen. Wer hat denn der geparkt? Schön. Kann man machen. Ich glaube, wir tun dann den auch erstmal benutzen, damit der wieder zur Verfügung steht. Genauso wie den hier. Für Infektionen, ja. Spezialrettungswagen soll auch nur für Spezialräume zur Verfügung stehen eigentlich. So, eine Person wieder rausgeschnitten. Da haben wir wieder einer. Wer haben wir da jetzt drin? Fünf. Okay. Er kommt hier in voller Montur. Da kommt der weit entfernte aus Langenfeld, oder? Nee, Langen. Doch, Langenfeld. Langenfeld. Hat eine weite Anfahrt, ist aber jetzt auch schon da. Wunderbar. Und, das ist der nächste aus Langenfeld. Und noch einer. Woher auch der kommt, keine Ahnung. Und der, keine Ahnung. Hauptsache Rettungswagen. NRW ist auch schon da. Wunderbar. So, dann tun wir die zwei jetzt gerade auch mal vollladen. Ah, Zelt ist voll. Wir gehen gerade mal zum anderen. Es sind immer noch vier Personen eingesperrt im Bus. Verdammt. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch Rettungswagen brauchen oder nicht. Ob wir jetzt genug haben oder nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sind auf jeden Fall alle schwerer verletzt. Polytrauma, Polytrauma. Hm, nicht schön. So, hier, den können wir auch gerade mal benutzen. Den auch. Und den auch. Notarzt ist einer da. Dann können wir gerade. Gehen wir hier in den Infektionsrettungswagen. Können wir direkt weiterfahren mit dem. Passt schon. So, wie sieht's aus? Noch ein Notarzt mittlerweile zur Verfügung. Darf auch mal herkommen. Ansonsten. Ja, jetzt haben wir auch die anderen Rettungswagen. Rettungswagen wieder zur Verfügung. Wir haben jetzt mittlerweile nach, ähm, 8 Uhr wahrscheinlich. Jetzt stehen noch mehr Rettungswagen wieder zur Verfügung. Und mehr NEFs. Der Tag hat begonnen. So, der kann losfahren. Dann ist der schon mal wieder unterwegs. Ich habe noch den Intensivrettungswagen. Kann auch mal loslegen. Ich glaube, wir brauchen aber so viele NEFs, dass ich dann gleich die Notarztbegleitung bei dem ein oder anderen aufheben werde. Weil wir ja so viele haben. Die, ähm, Begleitung brauchen gerade. Ihr kommt da zurecht. Ihr wisst, was ihr macht. Ich hoffe doch. Hatte ich jetzt da schon ausgewählt, dass die einen Patienten holen sollen? Ich glaube, ja, oder? Die kloppen sich da gerade irgendwie drum, dass sie da jemanden mitnehmen können. So, ich brauche gar nicht lange hierbleiben. Einfach umsteigen. Weiter geht's. Ankommen, umsteigen, los geht's. Der eine hier will nicht. Kein Patient mehr da. Oh, Zelt ist schon leer. Wir haben zu schnell gemacht. Egal, wir haben noch Nachschub. So, weiter rausschnibbeln. Die können losfahren. Die können auch losfahren. Die noch nicht so ganz. Da brauchen wir noch einen Notarzt. Da kommt aber gerade wieder einer. Beziehungsweise hier steht auch schon einer. Da haben wir einfach ein bisschen mehr Action. Bisschen mehr was los. Wir müssen mit Notärzten versuchen zu, zu handeln. Ups. So. Ah, vom NRW müsste derjenige sein. Genau. Dann haben wir hier den Rettungswagen. Kann aktuell keine Person rausnehmen. Ist noch nicht wirklich transportfähig. Noch zwei Personen rausschneiden. Halleluja. Hier haben wir noch einen weiteren Notarzt rumstehen. Können wir gleich auch mal hier einsetzen. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Die wollen. Der kann noch nicht rausschneiden. Jetzt gleich erst. Jetzt geht's weiter. Hier haben wir auch noch einen Notarzt rumstehen. Auch gerade mal einsetzen. So. Fahr mal. Ah ne. Da ist schon jemand drin. Okay. Dann fahr los. Dann fahr los. Sieht schön aus. Wenn hier alles so schön bunt ist. ist ein Notarzt schon wieder zur Verfügung. Kann auch direkt los. Die Person da, die da auf dem Boden liegt, die sieht schon nicht mehr ganz so lebendig aus. Ich glaub, die ist verstorben. Hm. Schade. Naja. Passiert. Vielleicht täusche ich mich ja auch nur, aber es sieht halt nicht mehr so gesund aus. Die waren alle doch recht schwer verletzt, muss man sagen. Naja. Wir gucken mal. Wenn wir hier mit über zehn verletzten Personen nur eine verstorbene haben, ist es trotzdem noch klingelig davon gekommen. Der Rettungswagen kann auch losfahren. Da kommt schon wieder ein Notarzt an. Ja, ist doch alles in Ordnung. Notarzt haben wir jetzt keinen mehr. Wir könnten notfalls noch die Hubschrauber rufen. Da ist eine Person verstorben. Okay. Das ist wahrscheinlich die, was wir gerade hier rein haben. Die sah nicht mehr so lebendig aus. Gut. Dann haben wir das. Oder auch schlecht. Brauchen wir natürlich noch Abschlepper. Und ansonsten, das Zelt ist schon leer. Ja, da können wir also da nochmal einen Notarzt rausziehen. Wir haben hier noch zwei Rettungswagen stehen. Wir haben hier noch wie viele Personen drin? Drei Stück. Wir haben noch drei Rettungswagen hier. Das müsste eigentlich passen. Kann ja gerade mal hier vorgefahren kommen. Wir haben hier noch einen Notarzt stehen. Der kann quasi mitfahren. Wir haben in den Zelten insgesamt noch zwei Stück. Und dann haben wir irgendwie alles so gewuppt. Können wir schon mal das eine Zelt wegräumen. Da haben wir schon mal irgendwo den Notarzt. Da ist einer. Der kann jetzt gerade auf jeden Fall schon mal losfahren. Leckabdichten oder so müssen wir nicht. Nee, müssen wir nicht. So. Anderen Einsatz schließen wir auch langsam mal ab. So, da müsste das Zelt eigentlich jetzt leer sein. Genau. Es sind nur noch das Personal quasi drin. Da sind wir jetzt alle raus. Dann können wir das Zelt auch wegpacken. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Dann können wir die schon mal wegschicken. Wir können den Abrollbehälter schon mal aufnehmen. Ja. Die müssten gleich losfahren. Wir haben noch jetzt Notärzte zur Verfügung, falls wir noch brauchen. Aber ich hoffe mal nicht. Die Feuerwehr kann auch zusammenpacken. Brauchen wir auch nicht mehr. So, wir brauchen noch den einen Notarzt, um hier einen Bestatter zu rufen. Ich weiß nicht, wie viele Verletzte sind insgesamt waren, aber ich glaube, für den Schnitt von der Anzahl von den Verletzten her sind wir noch recht gut davon gekommen. Der eine Rettungswagen fährt so weg. Das war kein Rettungswagen, aber einer ist so weggefahren ohne Notarzt. Der braucht auf jeden Fall wieder. Polytrauma und der braucht auch. Gut, wir haben auf jeden Fall noch Notärzte zur Verfügung. Haben wir jetzt sogar einen noch übrig. Sehr schön. Der kann schon mal wegfahren. Leitender Notarzt kann auch schon mal wegfahren. Feuerwehr fährt, wie gesagt, weg. Die machen jetzt auch gleich sich vom Acker. Der Einsatz ist abgeschlossen. Und, ähm, ja. Der Einsatz ist eigentlich auch abgeschlossen. Wir warten jetzt hier noch auf dem Bestatter. Warten noch drauf, dass die Abschlepper da sind. Dann sind wir hier mit durch. Den können wir so wegschicken. Ich kann hier auch langsam mal anfangen wegzupacken. Ich wollte eigentlich noch viel mehr absichern, aber ich kam jetzt nicht dazu. Ich habe ja jetzt schon lange gebraucht, um die Person da rauszuschneiden. Also deswegen musste ich jetzt das mal so ein bisschen, ja, hinten anstellen. So, Feuerwehr fährt weg. Die Autos hier können mal einen Meter weiter vorfahren. Genau, können auch einsteigen, die Polizisten. Da kommt auch schon der erste Abschlepper. Kann direkt mal den Bus mitnehmen. Da haben wir den schon mal weg. Da kommt der Bestatter schon. Das ist auch sehr schnell vor Ort. Da kommt der nächste, beziehungsweise da steht auch schon einer. Und so. Dann sind wir damit eigentlich durch. Ich würde sagen, ich kann den Zivilstreifenwagen schon mal losschicken. Ich kann den schon mal losschicken. Und ja, haben wir hier einen kleinen Verkehrsstau. Geht doch einigermaßen. Könnte schlimmer sein. Den können wir schon mal wegschicken. Sag ich, lass die Zeit gerade mal ein bisschen schneller laufen. Ich will nicht wissen, wie das hier jetzt gerade bei der Notaufnahme abging. Bei der hier und bei der anderen, bei der Klinik hier hinten. Es war ja wahnsinnig viel. Wir hatten alles, was nachts zur Verfügung stand, hatten wir quasi vor Ort. Tagsüber hast du natürlich noch mal ein bisschen mehr zur Verfügung, weil halt einfach tagsüber, klar, ist mehr los. Ja, passiert mehr. Brauchst du mehr Einsatzkräfte als nachts. So, Unfallstelle ist komplett geräumt. Alles wieder sauber, alles wieder frisch. Ja, sauber. Wir drücken einfach mal ein Auge zu. Ansonsten, ja, sind wir tatsächlich durch. Würde ich sagen, kommen wir langsam mal ans Ende der Folge. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu in der Videobeschreibung. Gerne auch die Videos teilen und gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Würde sehr weiterhelfen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss. Tschüss.